Eines der markantesten Symbole der Flutkatastrophe im folgenden Jahr im Arrtal und der Macht des Wassers war der Abbruch der Kiesgrube in Erftstadt. Jetzt geht die Polizei gegen den Betreiber der Anlage vor. Sie durchsuchte am Dienstag unter anderem die Räume eines Baustoffwerkes. Die Staatsanwaltschaft Köln teilte mit, dass wegen des Verdachtes des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung durch Unterlassen, mangelnde Baustellensicherung sowie des Verstoßes gegen das Bundesberggesetz ermittelt werde. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagte dazu am Dienstag in Köln. Was wir jetzt ganz konkret prüfen, ist mal unabhängig von dem Genehmigungsverfahren die Frage, ob der Hochwasserschutzwall ausreichend war an der Südseite der Kiesgrube. Und da ist im Moment der Verdacht, dass dieser Wall nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprach. Zusätzlich soll es steile Böschungen gegeben haben, die nicht hätten dort sein sollen. Und vor dem Hintergrund können diese beiden Aspekte dazu geführt haben, dass es schlussendlich zu einer Erosion der Ortschaft und einer Unterspülung kam, mit der Folge, dass mehrere Häuser eingestürzt sind. Zunächst war im Sommer 2021 der Boden nahe einer Kiesgrube am Fluss Erft wegrutscht, nachdem Starkregen die Grube geflutet hatte. Daraufhin wurden Gebäude und Häuser im naheliegenden Ortsteil Blessem unterspült, sodass sie unbewohnbar wurden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017